Oh, 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 oh. Das war nix. Boah. Scheiße. Alter, bin ich bei euch gefrutscht. Der Finger war drin. Ja, der Finger hat das Brüte. Halt. Oh Mann. Verdammend. Boah. Achtung, was kommt jetzt? Umbidium. Ey, ich hab das Licht zwischen meinen Fußzählen. Ey, mein kleiner kleiner Fußzähl kann so gut abstellen. Und das Licht? Nein, jetzt nicht. Ich scherze aber. Wow. Kroffi. Die lachen wirklich wegen ihrem Scheiß ey. Die lachen und rauchen. Das ist so gut gleichzeitig. Die lachen und rauchen. Du hast irgendwie voll nett mein Ding. Autos bin ich mit Stil gereiert. Ohne Scheiße. Ja, echt voll Stil. Die Autos kommen gerade. Auf der mitten drin. Und auf die Schöne. Ja, setz mich mal nach hinten. Eine Türke neben uns sagt. Hat echt fast die Scheiße geguckt. Ich hab die ganze Zeit gedacht. Was geht mit dir? Ich glaub, der hat gedacht, wir werden übel drauf. So auf Exorcistee oder whatever. Nein, aber wir müssen noch Currywurst. Ja, aber wir sind noch Currywurst. Und bis nach oben. Was geht mit euch? Ja, mal Currywurst. Vergessen deine Haare. Du kannst voll knicken. Ja, okay. Locken. I really like it. Oh, meine feinkollende Tüte. Oh. Verlust hoch. Scheiße. Geh aus. Stierb. Scheiße. Das ist ein Erb schon nicht hoch. Ja, aber das ist... Oh, das rieb jetzt mal nach Alk. Sie haben Post. Ich hab schlechten Empfang. Ich hab schlechten Empfang. Ich hab schlechten Empfang. Mara schreibt mir jetzt an. Ich hab schlechten Empfang. Ich kann es nicht lesen. Ja, Mann. Ne, Mann. Die ist volle Puckel. Na, aber es geht gerade. Ich chill an der Ostsee. Ich bin übelst breit, Mann. Wie fühlst du? Jetzt letztes Video, wo ich glaube, ich glaube, er war scheiße. Saschen braucht nichts. Ich hab Költewurst gegessen. Er soll sich einfach das Video angucken. Das geht gerade gar nicht. Oh, das ist ja geil. Oh, hups. So ein Lied müsste ich mal bei Lips Game. Ey, das konnte ich nicht ernst sagen. Ich war noch nie so auf Currywurst. Ich war noch nie so auf Currywurst. Ich war auch noch nie so auf Currywurst. Ich war auch noch nie so auf Currywurst. So ein Trend. Ey, komm zu einem da mit. Hey, Digga, was willst du denn da mit? Ich esse Currywurst, das ist schlimmer. Hey, ich glaube, das müssen wir mal machen so. Und so eine super scharfe Flasche holen. So eine Flasche von dem super scharfen Zeug holen. Und dann immer auf dem Finger so. Ne, weil ich will die Wurst. Boah, ich bin drauf. Der Finger war drin. Ey, aber das hat immer noch nicht geblutet. Die Wunde ist immer noch auf, Alter. Da kommt nichts. Der Eif ist nicht feuch. Aber deine Haare, weißt du? Ja, meine Haare. Da hinten, da hinten ist viel. Ja. Wie ist die Hände? Oh, mein Arm. Boah, mein Arm. We promote Eiffel. Ich habe einen Rhythm in den Eiffel. Lohge kommt. Boogie, 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 boogie! Moment. Ich will auch mal. Bei dir bist du aber nicht so gelockt wie bei ihm. Der sieht total durchgefickt aus. Ey, das sind meine Haare, die sind cool. Kori sieht aus wie immer. Ey, bin total durchgefickt. Und Mara, ein bisschen. Ey, die Mütze ist voll eng. Wie kriegst du die über deinen Schwanz? Du musst dir auch nur hinten aufziehen. Das ist so eine, wo ich nicht dem Pony andecke. Kondomihübchen. Penushut. Alter. Ey. 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 Ey.